Heute gehen wir unmarkiert, werden schon sehen, wohin das führt. So ein Ausflug muss vorne weit sein, Hauptsache ist man doch nur zu zweit sein. Wohres Glück, das findet man nur an den Pusen der Natur, um die Seligkeit richtig zu spüren, muss im Wald dich ein bisserl verirrt, dort wo der Weg zum Wegenwirt in Neubauldeck, da steht eine Bank, die steht schon lang, die Korb ist weg, sie hat kein Lahn, was liegt schon dran, denn wer drauf sitzt, wird irgendwie mit Sympathie-Kommandern gestützt. Auf dieser Bank, da rufen oft nur zwei härten Zahnen, und so an Ruck bleibt immer zurück ein Monograf. Sie ist schon so nett, da wird, dass sich die Bank fast schön nimmt, wie Neubauldeck, dort wo der Weg zum Wegenwirt. Sie ist schon so nett, da wird, dass sich die Bank fast schön nimmt, wie Neubauldeck, dort wo der Weg zum Wegenwirt. Sie ist schon so nett, da wird, dass sich die Bank fast schön nimmt, wie Neubauldeck, dort wo der Weg zum Wegenwirt. Wie Neubauldeck, das ist schon alt,